So, hallo und jetzt willkommen zurück zu Let's Play Zero Time, denn immer beim letzten Mal haben wir dafür gesorgt, dass alles wieder von vorne anfängt, alles geht wieder in Richtung VLR zu, auch wenn hier noch irgendwas danach kommt, was ich irgendwie noch nicht so ganz nachvollziehen kann, aber wie auch immer, wir sind jetzt hier komplett fertig beim D-Team und heute machen wir das hier beim C-Team und mal sehen, was hier so kommt. Und wird wahrscheinlich noch mal ein Escape Room sein, gehe ich von aus. Erstmal, naja, wie auch immer, das Ganze heißt Monty Hall. Okay, sollte mir das was sagen? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, sind wir wohl eingesperrt. So, das ist Kontrolle. Die Luft, die Wasser und die Elektrizität für die Schutzschmerzen sind alle hier durchgearbeitet. Schnell, mach die Dusche aus. Rettet euch. Das ist wahrscheinlich, wo Transmissionen zum Außenwelt passieren, aber es ist verabschiedet. Oh, ich glaube, wir können dann ein paar Pizza kaufen, hm? Oh. Es gibt hier viele Monitoren. Ich glaube, das könnte uns die Bildung von den Sicherheitskameras verabschieden. Huh? Es gibt keine Sicherheitskameras in diesem Ort? Carlos, es ist 2028. Ich wäre mir eher überrascht, wenn es überall überall Kameras gibt, die nicht überall geblieben sind. Sie ist richtig. Die, die ich für Arbeit benutze, waren über den Größen einer Frau. Also, ich meine... Ich wollte genau dasselbe sagen, so bist du mir leid. Oh Gott, ich hasse mich. Und dich auch. Unter alle. Ja, er ist ein wundervoller Typ, ne? Oh Gott, ich mag es echt nicht wirklich. Oh Gott, ich mag es echt nicht wirklich. Und was sprachst du denn? Du schaust in den Gefahr, ohne zu zweit über deine eigene Sicherheit zu denken. Du machst es, wie es nichts ist. Ich denke, das ist ziemlich großartig. Du weißt, ich... Ich wundere mich, dass es alles so ist. Was hast du zu sagen? Well, Carlos war nur so, was er trainiert hat, um zu tun. Ist das richtig? Ja, es ist so, wie du gesagt hast. Ja, damals, als er noch ein feiner Bub war. Das habe ich schon gemerkt. Weil ich... ...wurde. Ja, irgendwie schon. Ah, es ist Januar 1. Worste Weg. Start das Jahr. Ich habe niemals nicht gesagt, dass ich ein Happy New Year zu Maria gesagt habe. Maria? Meine kleine Säuse. Na ja, falls sie noch lebt. Nicht vergessen, was Zero gesagt hat. Sehr wenige von euch finden, sich zu einem neuen Jahr 2029 herzuhalten. Junpei, Zero, confirm. Er konnte ihn perfekt imitieren. Das muss es sein. Ja, also, ja. Wir werden unsere Beine in die Beine bekommen. Es könnte 20.30 Uhr sein, bevor wir überhaupt rauskommen. Ja, Junpei, okay. Reicht jetzt auch wieder mit deinem Edgy-Sein hier. Danke. Seek a way out mache ich. Oder ich versuche es zumindest. Mal sehen. Also, wie viele Monitore gibt es hier? Das Akane sagt... Boah, hier sind schade viele Monitore. Vier. Okay, vielleicht fünf. Also, wie gesagt, ich habe schon mal mehr gesehen im Control Room. Und das Security Room hieß da, ne? In VLR. Naja, okay, gucken wir uns mal irgendwie um. Fangen wir hier an. Reminds me of closing a gas valve. I can just picture Junpei forgetting to close it and panicking once the room smells of gas. You on the other hand would probably never make a mistake like that. Ja, ja. Ja, ja. Also. Ich kann sie in was für auch immer Richtung drehen. Warum auch immer. Ich weiß noch nicht, was mir das bringt. Ich denke, weil ich brauche noch Hinweise dafür. Ja. Durch eines rumprobieren wird das auf jeden Fall nichts. Zumindest sehr unwahrscheinlich. Hey, da ist der Monitor hier. Das ist blank. Mabel will ich dir die Instruktion für diese Maschine, wenn wir einen Knopf pushen. Wahrscheinlich wird es das sein. Wie wäre es mit dem Knopf? Nope, nichts passiert, wenn du sie pushen. Okay. Dann müssen wir irgendwas irgendwo anders drücken. Richtig, Akane. Wahrscheinlich. Was ist das hier? Let's see. Touching a button will turn the light on and off. And they are all just on-off switches. If only Junpei's personality changes easily. What? The me before and the me now? Not likely. The amount of things I know now that I didn't then. It's too big a difference. Was hat denn noch alles herausgefunden, Mensch? War es mehr, als wir jetzt in deiner Nine mit ihm erfahren haben? Hat er noch irgendwelche anderen Wahrheiten über Akane erfahren, die wir immer noch nicht wissen? Ich habe keine Ahnung. Licht, 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 Licht. Okay, ich muss auf jeden Fall irgendein Muster bauen. Wie wäre es mit einer Kurve? Am Zickzack R. Nein, ich glaube nicht. Okay, ich gucke mich erstmal weiter um. Der Locker ist lockt. Wir können er öffnen. Deswegen heißt er auch Locker. Let's just deepen the mystery. Is there any trick to opening it up? Wer weiß das schon? Was sind diese Teile? Die kann ich in Himmelsrichtungen drehen. Look, is the center of this then pointing in a direction? It seems so, but what does it mean? Oh hey, we can turn it. Let's fiddle with it. Ja, können wir wohl. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir es hindrehen sollen. Dasselbe hier. Na gut, dann halt mal noch nicht. Was ist diese Maschine? Keine Ahnung. Ich habe es nie gesehen. Warum probieren wir, ein paar Buttonen zu drücken? Das ist ein Dice. Ist das Ding broken? Ja, oder wir sollen zumindest nicht damit machen, damit wir nicht so viel zu tun haben. Wir haben schon echt viel zu tun hier, glaube ich. Ich denke, dass dieses Poster hier nicht so viel zu tun kann. Okay, dann. Let's make it like we're flipping up a girl's skirt. Okay. Oh, Sunglasses. There are Sunglasses behind this. Ah, so there is treasure from flipping things up. Okay, set sie auf. Some Sunglasses we found behind the poster, but the earpieces are missing. These are vital when it's summer and the sun is bright. Not so much in the winter, like now. I've always liked them since I was a kid. Does it seem like they make you look cool? Yeah, just like in that movie with the one fighting against the computer AI. Classic. Ja, 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 ich weiß schon. I have to say I'm impressed. You know, that old movie is one of my favorites. Ja, stimmt mittlerweile für euch. Ist das ja ganz schön alt wahrscheinlich, wenn wir an denselben Film denken, woran ich, wovon ich jetzt auch mal ausgehe. Ich will jetzt aber nicht sagen, damit ihr nicht wisst, falls ich an den falschen Film denke. Ha, 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 ha. Ich hab mich ausgetrickst, ne? Krass, ne? I want you to know what's inside, but no point to wishing since they're locked. Noch. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas dafür. Ja, mir noch einiges hier irgendwie, uns anzugucken. What's this huge machine for? I've never seen before. I have no idea how to use it either. They would probably shouldn't touch it. Okay, dann halt nicht. Was mit den Kabeln hier? Ne. Was ist hier mit? What is this machine for? No clue. Looks like it's connected to the one on the right too. Ja, richtig. I see a loose cable sticking out. I'm not sure what it's for. Wo denn? Oder meinst du dasselbe? Ach, nee, da unten, oder? Ah. Ah. This door down here is locked. Okay, dann müssen wir es erstmal öffnen, damit wir das da reinschnecken können und dann können wir irgendwas mit dieser Maschine machen und dann geht's weiter. Und hier haben wir mehr Himmelsrichtungsteile, ne? Also langsam hab ich alles gesehen, irgendwie. This looks like a switchboard. There's a painful shock sign on it. Painful shock. They have a mug over in the corner. Oh, I see it. That sign indicates high voltage. Ja, painful shock. Duh. Always was scared of static shocks during winter, weren't you, Akane? Also make sure to not pull plugs out with wet hands. A shock that terrifies me. You're probably afraid of thunder, too, aren't you? Ach, Mensch. So. Wo rein damit, ist die Frage. Wie wär's denn? Ähm. Ist das jetzt echt gerade was... Na, hä? Was tue ich hier? So. Das war ja nicht, was ich tun wollte. Oh, bitte. Spiel, hör auf damit. Also, mach das da rein. Danke. Das wollte ich tun. Als wenn das echt die Lösung ist, dann ist das das einfachste Rätsel, was ich hier jemals gelöst habe in diesem Spiel, glaube ich. Also wirklich jetzt. Deswegen kann ich es mir kaum vorstellen, aber irgendwie... ...passiert auch gerade gar nichts. Okay, es war wohl anscheinend nicht richtig. Schade. Wäre auch wohl zu simpel gewesen. Was steht da vor? Some of the boxes have numbers written on them. Gonna be some kind of hint. Let's take it with us. Ja, guckst euch mal an, die Karte. 13, äh, 13, 7. Ja, okay. Ich guck mich mal erstmal weiter um. Wie wär's damit? Wir haben hier noch Monitore. Was seid ihr? Are those cylinders on the monitor? That's my guess, but I don't recognize them. Maybe they're from one of the other worlds. Ha, und was soll uns das jetzt bringen, ist die Frage? Keine Ahnung. Is this some kind of shutter? Looks like it. There's some lines on it. You can use a slider over here to zoom in and out. Okay, dann zoomen wir mal raus. Oder mal rein. Kann ich noch weiter rein? Nein, ich kann noch raus und rein. Okay. Das hilft mir nicht wirklich gerade. Um nicht zu sagen, das hilft mir gerade gar nicht, erstmal. Some kind of hint, baby. Let's keep it in mind. Ja, ich behalte es im Hinterkopf, alles gut. Hier oben haben wir S. W. Ah, South West auf jeden Fall schon mal. Also, Rot ist das hier. Das kann in Süden... Äh, draufklicken bitte. South. Das bleibt dann wohl so. Und Pink ist West. Haben wir hier drüben. Ich wollte es immer anklicken, natürlich. Das ist schon mal ein guter Anfang. Haben wir hier noch irgendwas Spannendes, was ich erkennen kann direkt? Das ist ein großer Monitor hier, die mir einen kleinen Krang zeigen. Wo ist dieser Raum? Oh, ich denke, diese Bons kann den Krang bewegen. Ah, es ist eigentlich diese Krang-Games. Okay, dann, lass uns das gehen. Schau. Natürlich, ich will hier schon mal. What it gives up first. Schön. Ähm, ich sehe eigentlich gar nichts. Also... Wie die Sound-Effekte da dran stehen. Grrrr. Wie eine Taube. Snurrrr. Soll ich nur die Geräusche merken? Oder soll ich mal noch irgendwas anderes Sinnvolles merken hier? Und... Ding Dong. Das war wohl falsch. Ach, ich weiß, was wir machen müssen. Wir sollen in die oberen Ecken gehen. Weil da steht auf der Karte... Zehn... Äh... Ne, drei, zehn und sieben. Das war falsch. Es geht wohl kaputt, wenn ich dagegen die Wand fahre. Wir sollen echt nur unser Scrooge merken? Aber ich weiß nicht was. Also... Also ich kann mir das nicht alles merken. Tut mir leid. Dafür ist mein Gehirn gerade noch nicht gut genug ausgestaltet. Ich meine, ich kann mir das noch angucken. Kann ich hier noch irgendwas bestätigen? Ja, ist es just saying we need to spill those letters out with our bodies? I doubt it's going to be like sports day back in Japan, Junpei. Okay, wovon redet ihr? Soll mir recht sein. Ähm... Aber... Selbst wenn ich mir diese Sachen jetzt merken könnte, diese Geräusche. Was soll ich damit machen? Oh, Leute. Ich glaube, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Das hier könnte eventuell mit diesen Linien hier zusammenhängen. Also... Das hier muss... halt so diagonal eingestellt werden. Und das hier gerade. Und das hier so leicht so gebeugt. Und das ein bisschen stärker so gebeugt. Und das so ganz leicht so gebeugt. Und genau so macht man das, dieses Rätsel. So. Also. Drehen wir mal lustig rum. Das muss gerade sein. Das muss leicht so gebeugt sein. Das muss leicht... Ne, ein bisschen stärker so gebeugt sein. Ah. Hauf. So. Das muss ganz, ganz leicht so gebeugt sein. Das muss so sein. Das war falsch. Ah. Hauf, das zu drehen. Das wollte ich nicht. Dafür muss das auch so... Vielleicht muss das nur gerade. Ich guck nochmal ganz kurz nach. Ich könnte es mir auch abschreiben. Wie wäre es damit? Aber nö. Nö, 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 nö. Also. Okay, das muss in die andere Richtung gedreht werden. So. Oder stärker. So stark sogar. So war es auf jeden Fall nicht Dann war es Dann war es andersrum Also das ein bisschen weniger stark gebeugt Und das stärker Okay Leute langsam Bin ich mit meiner Geduld hier am Ende, muss ich zugeben, ne? So kann es ja wohl nicht weitergehen Das kann ich aber auch gerade nicht gerade drehen, ne? Ist es das wahrscheinlich? Hä? Was will das Spiel denn von mir? Ich habe es doch auf jeden Fall jetzt richtig Das untere ist leicht nach Tal gebeugt Das andere untere ist auch leicht nach Tal gebeugt Das ist so gerade wie es geht, aber leicht nach Tal gebeugt Genau Warte mal Bin ich dumm? Ja bin ich Okay, wisst ihr was? Ich hole gleich meinen Block Für die nächsten Sachen, die ich bemerken muss Heute ist mein Gedächtnis nicht mehr so gut Also beim letzten Mal Das letzte Mal hat es ganz gut geklappt Aber heute Nicht Oh, Laser Ha Was ist hier drin? Small battery Maybe it attaches to something And this is A card with some numbers or not Okay Das sieht aus wie Wie kommt ihr darauf, dass das eine Batterie ist? Also ich meine Kann ja sein, dass ihr euch gut mit sowas auskennt Aber das Man guckt das doch nicht an und denkt als erstes Oh, das ist eine Batterie Also wirklich, Leute What the fuck Was haben wir hier Mehr Zahlen 1, 8, 6, 12 Ja, wir brauchen mehr davon noch auf jeden Fall Ein paar Was mache ich jetzt mit dieser Brille, ist die Frage What the sunglasses had is playing something Unsere Lenses Aha, natürlich, jetzt ergibt es den Then attaching the battery, turn them on Must not be normal sunglasses Three modes A, B and C Ja, dann picken wir mal ein A Aha, du zeigst mir jetzt dieses Bild hier oder was Sind das Verbindungen? Aha Die könnte ich nachbauen Was habe ich auf B? Ähm, okay, das ist was anderes 1, 2, 3, 4 Das ist der Healing Room auf jeden Fall Aber warum sehe ich das jetzt gerade hier? Was hat das mit irgendwas zu tun? Oh Gott, okay Ich habe auch keine Ahnung, was das heißen soll Also wirklich nicht, so gar nicht So, C Ähm Oh, da brauche ich ein Passwort vom Video Ein Videopasswort, aber okay Das erste, was wir machen müssen, ist auf jeden Fall Das hier nachbauen Das hat nichts gemacht Okay, muss ich das vielleicht jetzt Mit dem Poster kombinieren Und Ja, wahrscheinlich muss ich mir jetzt die Sachen merken Also 4 muss mit 5 verbunden werden 1 muss mit 2 verbunden werden 2 muss mit 3 verbunden werden Oh Gott, wie soll ich mir das merken? 4, 5 1, 2 2, 3 Warte mal, das kann ich mir gut merken Tatsächlich 5, 1 Und 3, 4 Hey, das ist ganz leicht zu merken Die meisten Sachen muss man nur steigern Mhm Also 4 5 2 3 Ähm Was war nochmal das nächste Ähm 3, 4 5 1 Und fertig Seht ihr Gedächtnis Ist Absolut Over 9000 Gehirn riesig Ich glaube es selbst nicht Ich glaube es selbst nicht Seems so The door on the top left monitor is open now Supposed than the sunglasses We're the hints for this after all Ja Cool Oh Ich hab mich von Anfang an verarscht Mano Also Pink ist southwest Rot ist southeast Blau ist north Grün ist east Äh Ich hasse es Dass ich erstmal das Steuerkort zurück Also East ist schon mal so Und rot ist South east Erstmal anklicken Äh Andere Richtung So Dann haben wir noch Pink southwest Und Blau north Naja Blau north Southwest Ja Oh Und fertig Tatsache Was haben wir hier noch Noch ein Drehteil Black sand Came out of the floor Doesn't mean we Got the directions right Ja aber ich glaube ich muss da noch mehr Sachen eingeben Light in the room On the bottom right monitor also turned off Ah ok Jetzt weiß ich was ich da eingeben muss Aha Mitte und außen Und dann ja Krieg ich hin So das aus Das an Perfekt Ich öffne viele Ich löse viele gute Rätsel Ja ich glaube das kommt hier auch dran Examen Sunglasses Become a head mounted display Oh What's it like Colors Hold on a sec I see three modes Ja immer noch Ich denke mal A brauche ich nicht mehr Immer noch Nein Ist immer noch dasselbe Das dachte ich mir dann wird vielleicht jetzt beim Raum irgendwas dazu gekommen sein Bei diesem Raum Wir hören die Geräusche Oh das muss ich mir auf jeden Fall aufschreiben gleich Ok ich hole ja schon den Block Kinder Ihr müsst mich nicht so anschnauzen Da Seid ihr zufrieden Ich bin zufrieden Also Ich hasse alles Ich war einfach nur zu voll den scheiß Block aufzuheben Der irgendwie Anderthalb Meter vielleicht von mir entfernt So Ich kann nicht gut schätzen Also eins ist Vri Zwei ist Znur Ne vier ist Znur Oh Zwei ist auch Znur Ach fuck Vier ist auch Znur Drei ist Vier Nichts ist Gur Mano Ok Das heißt Das muss ich gleich nachmachen Die Geräusche Und dann Ding Dong drücken wahrscheinlich Aber kein einziges Mal Gur brauche ich Und das habe ich jetzt jedenfalls auch noch Fünf Vier Elf Jetzt was Keine Ahnung was das ist Wofür das ist Habe ich noch irgendein Rätsel Was ich gerade vergesse Ach wahrscheinlich hat es Hier Ja damit hängt es zusammen Na genau Das wird es wohl sein Was müssen wir hier noch machen Ja noch irgendeine Richtung angeben Aber keine Ahnung Gucke ich dann mal Zumal wir soweit sind Wir steuern jetzt erstmal den Kran hier Also was ist was Das ist Gur Das ist Znur Das ist Wir Das ist Vri Also wir wollen Vri Znur Wir Znur Ding Dong Ah Richtig krass Also im Endeffekt Ja Ja Ich fühl mich gut 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 Okay es sind doch mehr Monitore als ich dachte Dann nehme ich alles zurück Okay Du darfst ruhig sagen Dass es viele Monitore sind So Sound was the key to it Impressive Wow Das ist echt ein Rätsel Also ähm Wir haben jedenfalls ganz viele Buchstaben Jetzt was soll ich damit Ist die Frage Ich habe keine Ahnung Was das von mir will Ich kann das hier immer noch nicht öffnen Ich habe auch nichts anderes als die gefunden Ich kann das hier auch immer noch nicht öffnen Was zur Hölle Ich bin Wieder ideenlos gerade Was ist das Was sollen diese Buchstaben T Y and E I wonder what this means Keine Ahnung halt Das ist das Problem Hier haben wir Sefe Ihr habt auch keine Ahnung Ihr wollt mir keine Tipps geben oder so Nein Wirklich gar nicht Ich habe mir gleich alles anguckt Gut Ich bin fertig mit Buchstaben angucken Das hilft mir nicht Vor allem weil ihr mir keine Tipps gibt Warum könnt ihr mir nicht einfach Tipps geben I think the speaker can be slid to the side What Let's do it Wow Aber okay Das hilft mir auch nicht großartig weiter Jetzt habe ich halt alle Karten Oder kann ich die jetzt schon eintippen hier Ich meine ich dachte halt nicht Weil das noch nicht an ist Aber Ja wir müssen es erstmal anschließen Okay Das heißt das hilft mir eh noch nicht jetzt gerade Oh Gott Leute Ich komme mir gerade wirklich wirklich dumm vor Ich 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 Die vier großen roten Kästen sind natürlich Die Monitore Und was sind die kleinen grünen Kästchen Die Buchstaben Oh mein fucking Gott Ich schreibe mir die Scheiße jetzt ab Neun Zwei Dreizehn Was haben wir noch als nächstes Dreizehn Sieben Oh das ist eigentlich so offensichtlich Ich meine das ist doch direkt vor mir Ich denke darüber nach Was ich mit diesen Zahlen machen kann Und ich denke gleichzeitig darüber nach Was ich mit diesen Buchstaben machen soll Aber ich komme nicht darauf Dass sie beide zusammengehören Ich meine auch Okay Fünf Vier Elf Vierzehn Also Das Passwort Oh Gott Ich komme nicht mal da An die richtige Stelle B E Ja Hier Y Bei Fiii Fire Fire Be tested by fire For fuck's sake Und das kann ich jetzt In die Sonnenbrille eingeben Klar Was sonst Ähm Nicht hier Wie wär's mit C Mein Gott Ist aber alles schwer hier Mein Gott Na Das ist ein echt schwerer Raum Oder kommt mir das nur so vor Bin ich einfach nur dumm Oder ist der Raum wirklich schwer Also er kommt mir ziemlich schwer vor Das ist Zero 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 Was machst du da Und Norden Ja Ja Okay Was willst du von mir Das weiß ich Das hab ich alles so eingestellt Glaube ich Hab ich das so eingestellt Aha Northwest Und dann öffnet sich das Wahrscheinlich hab ich das alles nicht so eingestellt Wahrscheinlich muss ich das erst so einstellen Was machst du da Zero Ja ja Dann schließt du das an Okay das weiß ich Das hab ich verstanden Soweit war ich dann doch schon Ah Also Ist das wahrscheinlich jetzt nicht einfach richtig Find ich Nein Oh Gott Ich muss mir die anderen Sachen auch merken Das war nicht alles so wie ich es eingestellt habe Das war Okay Ich guck mir das hier nochmal an und stelle alles richtig ein Gib mir einen Moment Oder ein paar Momente Und Die Plattform wird aus dem Boden gefahren Ja Ich hoffe auch dass es die harte Arbeit wert war Sind wir jetzt eigentlich raus hier aus dem Scheiß Oder muss ich noch irgendein Rätsel lösen Bitte lass es das gewesen sein Ja es explodiert Wir sterben Instant Ende Folge vorbei Okay wir sind gekommen Holy Was ist das für ein Raum gewesen Holy shit Also die einzelnen kleinen Mini Puzzles War nicht so schwer Aber Zu wissen was soll man tun muss Und was Wozu gehört Das war ein echt Huiuiui Vielleicht war ich so noch an mir Kann auch sein Ist alles gut möglich Ist alles gut möglich Ah okay Das Feuer wurde wieder gelöscht Das ist ja super Hat sich alles gelohnt hier Anzuschließen Nur damit es in Flammen aufgeht Oh damn Hui Das war knapp Ich guck mir das Das vergiftet uns jetzt alle Aber das bringt seine eigenen Probleme Huh Es sieht nicht so aus wie es stoppt Jetzt gleich ertrinken wir hier Jetzt im Ernst Okay nein wir kriegen nur keine Luft mehr Tja toll gemacht Feuerwehrmann Huh Huh The percentage of carbon dioxide in the air is roughly 0.04 IDLH level kicks in around 5% IDLH The highest concentration level you can continue to safely inhale You lose consciousness Shortly after it hits 7% And after that Ja rück raus damit Ja ja Entscheidungen wie immer Mein Gott Aber nur in einem Wow Kriegen wir wieder irgendeinen Tipp oder so We need to pick one quickly But which number is correct Please choose Carlos Die probabilität ist 1 in 10 Mein Gott Toll Kann ich ehrlich mal klug rätseln Wie am letzten Mal hier Wo wir alles ablenken konnten Wenigstens Vielleicht schmeckt ja Ein einer der Spins nach Erdbeere oder so Ich weiß nicht Ich probiere es aus Was ist eine schöne Zahl Ich mag 7 War es richtig? Vielleicht Nein Okay Ja ich glaube schon Das ist schön für dich Wir wissen es nicht Was ist der Punkt? Der Punkt ist dass es jetzt gleich eine 50-50 Chance ist Ja okay Doch jetzt kenne ich das wieder Tatsächlich sollte mir das was sagen Oh fuck Im Endeffekt ändert sich halt gar nichts daran Wir wussten vorher absolut nicht welcher Welcher Schließfaches ist Und jetzt wissen wir es immer noch nicht Nur dass die Chance jetzt höher ist Dass wir den richtigen haben Und es ist auch unwahrscheinlicher Dass wir den falschen haben Aber Trotzdem Ja Tatsache dass jetzt noch mal eine Wahl bekommen Das ist halt nicht Gemein Aber sonst eigentlich nichts Also eigentlich sollten wir einfach bei der Wahl bleiben Warum lachst du Junpei? Das ist gar nichts zum Kichern Nein Ja ich weiß Alles gut Akane Ich weiß es nicht Ich würde bei 7 bleiben halt Ich würde echt bei 7 bleiben Einfach nur weil Es eigentlich nur ein Trick ist Es ist alles nur ein Trick Glaube ich Ich nehme 3 Ich habe mich unentschieden Zero Bin mir sicher Da ist die Gasmaske drin Du siehst sie nur nicht Sie ist unsichtbar Aber es ist nur eine Aber es ist nur eine Nein 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 Aber es wird alles gut Aber es wird alles gut Wir werden nur Wir werden nur Warum Die Tür ist nicht Für 20 Minuten Der Pump hat nur genug Oxygen Für eine Aber wenn ihr Wenn ihr Die Maske wechselt Dann verbraucht es doch nicht mehr Als wenn sie nur eine Person Dauerhaft tragen würde Oder Also oder verstehe ich da Was falsch Okay wie auch immer Also Herr Feuerwehrmann Gib die Maske ab Hey Du wurdest gerade auch als Held betitelt Ich habe ein Favorit Was zu fragen Ich weiß Ich habe nicht Ein Feuerwehrmann Seit 10 Jahren Ich habe jetzt die falsche Wahl gemacht 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 Das war's für die Zeit, in der Festival. Remember? Wir waren zusammen. Du hast diesen weirden Charakter-Mask und hast einen. Du hast mich versucht, einen. Oh, das ist richtig. Du warst eine Yucara, dann. Du hast gesagt, es war deine Mutter, bevor sie sterben. Das ist warum es so groß ist. Ich will, wieder zu diesem Festival zu gehen. Junpei? Nein! Hör auf, schau die Maske! Was? Hilfe! 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 Da ist sicher... Ärger! gleich sehen, ob es das ist. Wir werden da gleich noch die andere Wahl treffen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es einfach ein Raum ist, in dem auf jeden Fall zwei Leute sterben. Was echt gemein ist. Die haben gar keine Wahl als zu sterben, wenn sie da ankommen in diesem Raum. Was ist ein Scheiß-Zero? Ich mag dich nicht. Du hast immer unfaire Sachen. Die anderen Zeroes waren viel gerechter. Okay? Okay. Also. Wähle ich mal irgendwas Falsches. Sollte nicht so schwer sein, oder? Ja, okay. Schon. Ist halt immer noch eine... Irgendwie Fifty-Fifty-Chance, aber irgendwie auch nicht, weil wir reingelegt werden. Das macht es irgendwie komplizierter zu berechnen. Zwei. So. Mal sehen, ob er jetzt immer noch sieben öffnet. Äh, geschlossen lässt. Oder ob sieben diesmal komplett falsch ist auch. Bin ich gespannt. Also, ob es halt immer sieben ist. Ähm. Okay, es wurde geändert, ne? Ja, sieben ist diesmal offen. Egal. Öffnen wir diesmal zwei nochmal. Also, das, was ich auch vorher schon gewählt habe. Und hoffen, dass es diesmal okay ist. Also, nicht okay ist. Ja, okay. Perfekt. Und es ist auch kein Knopf da drin. Schade. Wäre lustig gewesen. Nein. Nein. Warum? Nein. Es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Okay. That locker will open. Why? It's just how the peace is full. Looks like we're out of luck. Hakane. If only I could have heard your voice one last time. But it seems like... I'm really sorry guys. Forgive me. Sorry. I couldn't save you. We have no chance to survive. No matter what we choose. Are you sure? You're taking the word of that announcer earlier? It's completely rubbish. All of it. Then everyone's alive? Of course. We need to go get help. Okay. Let's go. Okay. Okay. Damit hätten wir dann nur noch die beiden... Ähm... Lass mich hier raus. Die beiden Knöpfchen-Drück-Szenen übrig. Die machen wir vielleicht beide beim nächsten Mal. Mal gucken, wie schnell wir da so durchkommen. Und wo war das jetzt gerade? Ach, das ist es. Okay. Das ist nachdem... ...nicht geschossen wurde. Also als Pfei verbrannt wurde. Ah, deswegen lebt sie nicht. Okay. Aber dann solltet ihr doch wissen, dass... ...eine Person... ...auf jeden Fall schon gestorben ist. Und dass es wohl kein... ...Blödsinn ist von Zero. Wobei, okay. Es kann gut sein, dass ihr ihre Leiche nicht gefunden habt. Wenn ihr dann... ...seitdem nochmal eingeschlafen seid. Weil... Ja. Ihre Leiche ist wirklich nicht mehr da. Gut. Dann würde ich aber sagen. Ich bin natürlich schnell dem Part natürlich. Und beim nächsten Mal... ...machen wir wie gesagt... Knöpfchen-Drück-Aktion. Ja. Mal sehen. Ich hoffe, dieser Partei hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Und dann bis dann. Ciao. 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 Ciao.